So, hallo und herzlich Willkommen zurück zu... ...OVERWATCH! Oh, was kaufen? Oh, da öffnet sich mein Browser nur, okay. Nein, ich will kein Overwatch kaufen. So, ich hab's nämlich schon, haha! Äh, ja! Die Open Beta ist da! Jetzt kann jeder spielen! Jeder! Ab heute! Bis zum... ...neunten, glaub ich? Und im letzten Video hab ich was falsch gesagt, weil man musste vorm 29. letzten Monat vorbestellt haben, damit man überhaupt diese... ...zwei Tage vorher spielen konnte. Tut mir da so leid, falls ich da... ...jemand das Spiel dann... ...vorbestellt hat und dann enttäuscht war. Ich bin dumm. Ich bin stupid. Ja, und wir spielen heute... ...OVERWATCH! Nämlich, äh... ...den Brawl der Woche! Machen wir mal den Brawl der Woche! Ja, ich hab nochmal Lust, ne Runde Overwatch zu machen. Eigentlich nur wegen dieser Info am Anfang, aber... ...ist ja egal. Wir können ja trotzdem... ...ne Rindchen vor uns hinspielen. Ach, und das ist so schön, endlich Leute zu haben, die mit einem das Spiel spielen! Ich hatte... ...n Matches, da war ich... ...n Sechserteam mit Leuten. Wisst ihr, wie...wie passt das war? ...Inkredible! Ja, ich denke, ich sollte jetzt nicht allzu lange suchen. Wir schätzen zwei... ...zwei Sekunden. Haben wir schon das Zehnfache von erreicht. Ist natürlich nicht so geil, aber... ...wird schon gehen. Ja... ...gott, mit wem hab ich alles gespielt? Schlingel, Winterquacker, Maudado, Osaft... ...da noch ein paar anderen Freunden... ...Germi, der ja auch im letzten Video dabei war... ...das ist übrigens nicht dieser Youtube Best of Germi... ...sondern ein Typ, der jetzt zufällig halt einfach auch Germi heißt. Passiert. Kommt vor, hab ich gehört. In Gerüchten. In Legenden. Aber nun zum Brawl der Woche. Ich mach mal das oben rechts, um links in der Ecke weg. Die FPS. Damit das Interface ein bisschen klarer ist. Auch wenn es sehr klein ist. Ähm... Der Brawl der Woche ist, dass wir jedes Mal, wenn wir sterben... ...einen Zufallshelden bekommen. Heißt...ja... Es ist scheißegal, was wir auswählen. Weil sobald die Runde startet, werden wir eher auf den Zufallshelden geworfen. Das haben unsere Teamkollegen wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden. Weil die grad immer noch am Wechseln sind. Und... Ja gut, nehmen wir halt noch mehr Junkwads. Ach Leute, wir werden eh Zufallshelden zugewiesen. Ich bin eine Einmann-Apokalypse. Okay, wir haben zwei Roadhogs. Ein Reinhard. Ein Senjata. Okay. Und jedes Mal, wenn einer von uns stirbt, werden wir ein neuer Held. Genau dasselbe natürlich auch für das Gegnerteam. Und... Wir versuchen einfach mal... ...zu gewinnen. Ja, guck mal, der hat sogar den Pixel-Rotog, der eine. Ich hab nur noch das Overwatch-Ding, weil ich nie Rotog spiele. Selten, eher gesagt. Ich spiel nie Rotog. Hatten wir ihn erst im letzten Video gespielt. Unser größter Rottog. Ist ja wie der King of the Hill hier. Deswegen geh ich erst mal ganz außen und lang und versuch mir mal hier einen zu snacken, der jetzt hier lang kommt. Ein Geschütz verschwert uns den Weg. Ist ja mal gut. Schauen wir mal, ob ich bei dem Geschützmann irgendwie... ...hochkomme. Kann ich denn irgendwie nerven? So, okay, machen wir so. Nice. Gut Teamwork. Wir haben uns auch noch mal rausgekommen. Ich bin bei dir. Wir sind bei dir. Wir sind bei dir. Du bist bei dir. Ich bin bei dir. Wir sind bei dir. Wir sind bei dir. Wir sind bei dir. Gehe deinen Geist! F***! Ich wurde gehockt in meine Ulti. Deswegen hab ich nicht mehr geballert. Ja, und jetzt sind wir in eine andere Welt. Ganz easy. Dummer Reaper. Ich wollte schon die ganze Zeit weg haben. Oh Gott! Es wird schwer. Jetzt haben wir keine Tanks mehr. Jetzt haben wir nur noch Heiler. Das ist jetzt echt nicht praktisch. Hier. Wenn ich gerade nur so dran denke. Die haben den Bestchen. Das ist wie es scheint. Ah, danke. Ich lasere dich, ich lasere dich. Oh Gott, ich muss nachladen. Ich lasere dich, ich lasere dich, ich lasere dich, ich lasere dich. Okay. Er hat bestimmt Schaden bekommen. Es ist auch egal. Nichts zu mir. Ich bringt hier halt eigentlich gar nichts auf der Map. Ich werde gehen wie der Roadhog. Na gut. Heute sind wir alle Soldaten. Ihr habt's gehört. Oh Gott. Dann hoffe ich mal, dass ich gut soldatiniere. Fuck. Ach, Mann. Ich lasse Bastion so sehr. Ich hasse Bastion so sehr. Fuck. Ich wollte ihn gerade töten, dass er nicht das macht. Roadhog und Bastion sind halt einfach zu gut. Auf der Map gerade. Überall kleine Ecken, wo sie sich verstecken können. Versuchen wir mal einen Turbo. Wo ist der Reaper hin? Ach da. Schauen wir mal, ob es mit Healing ein bisschen besser funktioniert. Hier, Heilung. Heilung für mein Team. Oh. Oh. Komm, Heilung, Heilung, Heilung. Ja. Ja. Ja, den Punkt. Ja, das nennt man wohl heiß. Nur noch ein paar Sekunden. Oh. Nice. Fuck. Ich wollte ihn runterschmeißen. Ah, das schaffen wir noch. Wir schaffen noch einen runterzuschmeißen. Okay. Jetzt geht's ab. Zeit für ein bisschen... Hier nochmal vollheilen. Um ganz sicher zu gehen. So. Ja, die runterschmeißen bringt wenig. Obwohl. So. Jetzt wird's massiv. Jetzt wird's massiv. Jetzt wird's mal ein Beat droppen. Kann der einfach mal sterben? Oh. 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 Und jetzt wird's noch ein bisschen. Oh. 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 Eines. Eins, zwei, zwei. Ich glaub eine Runde Overwatch ist sowieso chilliger. Als wir zwei nacheinander. Es ist... Es gibt so dieses YouTube Mysterium zum Beispiel. Dass leute nach der ersten Runde immer ausschalten automatisch. Deswegen... Immer zwei Runden von irgendwas machen ist zwar an sich cool. Aber es lohnt sich nicht so sehr. Oh nein. Ich will Luzio bleiben, auf jeden Fall. Bitte, bitte, bitte. Die Map ist zu perfekt für den Luzio. Noch mal heilen. Ich gehe weiter drauf. Nein! Wieso hat mich die Granate getroffen? Ich wollte unbedingt Luzio bleiben. Es ist so toll, auf der Map Luzio zu sein. Ich stupido. Was bin ich jetzt? Gemeinsam sind wir stark. Bläser. Ein Tank ist immer praktisch. Kann man sich nicht beschweren. Bereit zum Einsatz. So, einfach holen, dass alle auf einballern und dann sein Schild anmachen. Hallo. So, jetzt haben wir 50%. Und ich bin tot. Cool. Was auch immer mir so viel Schaden gemacht hat. Los, Bewegung. Na los, nicht alles. Tomo. Du weißt, dass du mir krankst. Schon, Ben. Zu. Barriere aktiviert. Ich bin tot. Komm unter meinen Schild. Wo ist die Sniperperson von denen eigentlich? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oho. Ich muss zu dem Heilfeld von Call of Duty, Mann. Fuck. Krippen. Das werde ich morgen früh ganz bestimmt spielen. Äh, ein bisschen zurück. Uh. Ein bisschen schwer jedem, um sich selbst immer Schilde zu geben. Wo auch immer Genji ist. Irgendwie immer in mir. Fuck. Fuck. Alter, was ist denn los mit diesem Genji? Jetzt gibt es eine Abkühlung. Seine Wurfstellen haben immer getroffen. Ja, es scheinen uns die Schaden. Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen. Nein. Meine Berechnungen zufolge wird unsere Verteidigung standhalten, wenn wir unsere Bemühungen verdoppeln. Bemühungen verdoppeln? Oh, okay. Jetzt haben wir die Sniperform ein bisschen weggedrückt. Nice. Ich hab ja gut selbst hier. Wir kennen uns Tief- 0 sch�w. Na dann desto mal abgeschlossen. Einmal wäre weg und schau dir nicht aceptbar. Heu, sich hier bei mir mit Niem Spy fe sine secondsuviert. Sops ist keine Ahnung gewesen. Du kannst das jetzt nicht beweisen. Wow! Guck mal wie... Amazing Hanzo-Skill! Hahaha! Haben direkt gewonnen! Highlight des Spiels! Alles heil, Lucio! Alles heil, Lucio! Alles heil, Lucio! Alles heil, Lucio! Vielen Dank! Alles heil, Lucio! Seid nicht mehr! Danke, ich hab' ein Tempel des Landes! Bis dahin, wie ihr euch schon seid! Bis dahin, wie ihr euch heute seid! Schüss!